Das war schon wild, Alter. Was für ein wildes Jahr. Wir sind erst mal April, Alter. Was für ein wildes Jahr, Alter. Leute, ich habe das Jahr komplett vergessen. Also das hätte ich vielleicht alles in der Badewanne schon reden sollen, aber ich mache ja keine Badewanne mehr. Ich gehe mal mit euch ein bisschen unser Jahr durch, wo ihr natürlich, also mein Jahr und auch Roosevelt und ihr seid ja natürlich auch Teil davon, deswegen gehen wir mal das Jahr so ein bisschen durch und ihr helft mir, falls ich was vergessen habe. Okay, im Januar, wir haben jetzt ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Wenn ihr was habt im Kopf, dann sagt es, schreibt gerne dazu. Januar fing wild an, das sogenannte Nimm-Runter-Beef mit Manuel. Ja. Ich habe nie gesagt, dass der ein B ist. Ich habe so etwas nie gesagt. Ihr erinnert euch, Manuel hatte so einen Ausraster auf mich und hat diese sehr bekannte Nimm-Runter produziert. Was gab es im Januar noch? Im Januar hat, ja gefühlt ist es überlange her, ne? Januar hat, haben wir aufgeschrieben, Muis löscht ein Musikvideo von Manuel. Und da gab es, erinnert ihr euch noch, der hat ein Musikvideo von Manuel gelöscht auf seinem YouTube-Channel, da gab es ein bisschen Thema. Manuel hat dann mit Maestrut im Livestream darüber gesprochen. Das sind nur so ein paar Headlines aus dem ersten Monat. Ich habe aufgeschrieben, bzw. Adam hat für mich zusammengefasst, Manuel versuchte dann damals zum Beispiel im Livestream Sinan zu erreichen. Der war aber gerade selber mit Flair live. Erinnert ihr euch daran? Damals gab es dann dieses von mir, dass ich dann gesagt habe, ey, ich finde das nicht cool, dass er ihn live so überrascht, als ob nichts wäre. Wie wäre es denn mal mit Aussprechen privat? Daraufhin ist Manuel dann geplatzt. Hier steht, Roos meint, Manuel sollte Sinan in Ruhe lassen, dann ist Manuel geplatzt. Also wir haben es nur in Stichwort aufgeschrieben. Das war auf jeden Fall ein cringes Thema, aber ist das lange her. Aber gut, das war so Januar. Dann gab es Experion in Berlin, Eröffnung mit Massiv. Wir haben die Experion eröffnet. Das kommt mir gerade so vor, als ob 15 Jahre her ist. Ihr habt die allererste Show live im Experion eröffnet, heute hier auf der Bühne, erster Livestream. Das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also hat mich sehr gefreut. Experion eröffnung mit Massiv. Roos und Massiv eröffnen das Experion am Alexanderplatz. Also unter anderem wir. Da waren natürlich auch andere Leute da aus dem Gaming-Bereich und so. Ich habe Massiv eingeladen und wir haben einen Talk gehabt. Erinnert euch überhaupt noch daran? Alter. Heftig. Krass, ne? Ja. Es gibt dazu aber ein Video, ne? Wir haben ihn eingeladen, wir haben einen Talk geführt. Wir wollten ja mit Massiv auch mehr in Richtung Fußball gehen. Wir wollten ja so eine Fußballshow mit ihm starten. Er dann... Ja, dafür gab es sogar einen Namen, das dann Massiv zum Beispiel unter anderem moderiert. Dropkick. Genau. Take more. Danke. Dropkick ist es. Ja, ist auf die lange Bank gelandet. Weil einfach bei uns viel los war. Bei Massiv auch, muss man sagen, viel los war. Februar. Februar war Erdbeben in der Türkei, wenn ihr euch erinnert. Und in Syrien. Es gab verheerende Erdbeben. Um die 60.000 Menschen leben. Hat das gefordert. Wir haben damals im Stream die Instagram-Stories von Salami verfolgt, wenn ihr euch erinnert. Ich finde das wirklich so krass, dass der das so alles mitfilmt. Es ist wirklich... Also, ohne das könnten wir so hautnah, hautnah sozusagen das gar nicht erleben, wie die es erlebt haben. Das ist wie ein gruselndes Endzeit-Film gerade. Ein bisschen wie The Fog so mäßig. Das ist so krass, Alter. Ich habe auch vorhin überlegt, ganz kurz, warum filmst du das? Tu weg, nimm deine Eltern so, bam, renn raus. Aber auf der anderen Seite denke ich so, für die Nachwelt oder für uns, also das ist eigentlich auch wichtig wiederum, dass das gefilmt wird. Massiv ist zum Beispiel runtergefahren. Jetzt ist die Zeit anzupacken, mit den Händen, vor Ort. Und das machen wir am besten dann live to live. Wir werden runtergehen. Die nächsten Tage werde ich dort vor Ort sein und versuchen, so weit es geht, mit anzupacken. Massiv hat 70.000 Euro gesammelt. Darunter wart auch ihr und ich. Also wir haben auch da supportet, wenn ihr euch erinnert, auf GoFundMe. Und natürlich hat er mit eigenem Geld das ergänzt und ist mit mehreren Ladungen, Hilfsgütern in die Region gereist. Andere sind auch gereist. Shoutout an Massiv. Shoutout auch an Uwe. Flying Uwe hat auch supportet. Ich erinnere mich, das war auch sehr Gänsehaut-Situation. Da war wirklich viele, viele Menschen, haben gelitten. Ich kenne, also ich bin nicht, also Gott sei Dank, ich bin nicht direkt betroffen, so familienmäßig, aber ich kenne Freunde, die direkt betroffen waren. Klar, wenn du aus dem Ruhrgebiet bist, kennst du halt Leute, die Familie da in der Gegend haben, ist ja auch klar. Deswegen, also es war schon echt eine harte, harte, harte Zeit. Dann gab es das Thema auch im Februar, harte Überleitung hier, gab es das Thema AfD-Politiker mit Biss-Attacke auf Steph. Steph von 16 Bars. Kennt ihr euch nur daran? Wir haben den Prozess damals verfolgt, in dem AfD-Bezirks-Vorpommern verordneter Kai Bormann hieß der, beschuldigt war. Und die Steph hatte nach einer Auseinandersetzung mit ihm, dann war die vor Gericht und der hatte dann 10.800 Euro Strafe bekommen. Und um das nochmal zusammenzufassen, im Endeffekt hat die Richterin mit diesem Urteil allen Nazis, Rassisten, Faschisten da draußen einen Freibrief erteilt, Menschen aufgrund ihrer äußerlichen Merkmale, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund der Form ihrer Augen und so weiter, zu diskriminieren, anzugreifen, zu beleidigen, zu attackieren und so weiter. Also das ist eine komplette Katastrophe. Das ist auch alles dieses Jahr passiert. Wild, oder? Absurdeste Story, wirklich, absurdeste Story. Was auch im Februar war, Flair hatte Graffiti-Legende Skimm im Stream. Mann, guck mal hier, den, oh, den meine ich. Versteht ihr, was ich meine? Guck mal, das ist Swing, aber Proportion, Pfeile, schön dezent. Du hast auch mal gedacht, f*** eure Pfeile, hast du mal gedacht, das ist nirgends richtig kaschieren. Das verfälscht Stellen, die man nicht malen kann. Weißt du, wie ich meine? Die sauber, Alter. Ey, Dicker, überleg mal, das S ist K, ist einfach Krieg, Alter. Ist einfach der pure Hass, Alter. Merz, Massiv stellt im Stream mit Ruth Grow Motion vor. Die beiden haben, äh, also Haji und, du kannst es ja gleich selber erklären, ein paar Freunde von denen und Massiv haben zusammen Grow Motion ins Leben gerufen. Äh, dafür, dafür haben die einen riesen Videoclip gedreht, das haben wir ja schon gesehen. Das ist das hier. Er wird gleich nochmal richtig erklären, was ist deine Pflanze mit Cannabis auf du und du. Auch sehr interessantes Projekt. Ich hab das jetzt gar nicht mehr, ich folge denen auf Insta, ich sehe auch immer wieder Postings, also die sind nicht weggescammt oder so, ne? Viele Leute haben so gedacht, Scam und so, aber nein, das gibt es immer noch, ich verfolge die, aber ich weiß aktuellen Stand nicht. Also können wir gerne im neuen Jahr auch nochmal abchecken, äh, was da geht. Grow Motion. Coole Idee. Äh, die hatten damals so ein bisschen das Problem, dass die, das Geschäftskonzept sehr ähnlich einem anderen, äh, sehr, sehr großen Ragpull war. Es gab einen sehr, sehr großen, super Scam, weltweiter, also wirklich, der sucht weltweit seinesgleichen, dieser Scam. und deren Geschäftsmodell hat Ähnlichkeiten damit aufgewiesen, also ähnliche, äh, also, ja, also nicht ähnlich im Scam oder so, das hört sich so ein bisschen blöd an, aber ich meine einfach, man hat so das Gefühl gehabt, yo, ne, gab's da was. Das war ein bisschen Pech, aber die Jungs sind cool. Ich kenne die Jungs halt, die waren auch hier im Stream, ihr kennt massiv, ich meine, wenn wir jetzt nicht vor, so ein Ding zu machen, hoffe ich, hoffe ich, naja. Dann war im März, äh, Finn Kliemann, Ermittlungen gegen ihn wurden eingestellt, gegen Zahlung von 20.000 Euro. Finn Kliemann muss 20.000 Euro zahlen, wird aber nicht vorbestraft. Also, nur jetzt Headline, ich lese schon weiter, aber nur Headline, das hier, guck mal Bro, du kannst nicht das schreiben und das hier nicht schreiben. Wenn, dann schreibt das gar nicht. Was ich sagen muss, das ist auch alles dieses Jahr gewesen, ähm, interessant. Aber gut, auch für den Kliemann, was ich ja interessant finde, ist, dass der irgendwie noch kein Comeback gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es nicht geschafft hat, aber ich sehe es gerade nicht, ich verfolge ihn aber auch nicht, muss ich sagen. Der Vorfall mit Steph war übrigens 2021. 2021 der Vorfall. Krass, also ein Jahr später oder anderthalb Jahre später war das erst voll gerecht. Ich bin Kliemann irgendwie gar kein, ähm, Comeback geschafft, ne? Die Story war lustig, ja, irgendwie war die Selbstkostenkiste und so, aber ich fand, also alles drum und dran, aber ich weiß nicht, am Ende, ob der Knick bei ihm so krass war, weil er einfach auch so berühmt war. Ich weiß nicht, wenn er weniger berühmter gewesen wäre, ob der Comeback schon funktioniert hätte. Das ist immer schwer zu sagen. Das ist immer schwer zu sagen. Aber gut, April, äh, das war, Headline im April war witzig, Mois wird als BWM-Signing bekannt, bekannt gegeben. Das war, ich muss sagen, äh, das war damals schon, glaube ich, für jeden, der biskennend Hip-Hop unterwegs ist und auch ein bisschen mit Gossip unterwegs ist, wusste wahrscheinlich, das war eine sehr durchschaubare Aktion. Aber natürlich, wahrscheinlich hat er, der, äh, gute San Diego sich gedacht, ey, irgendwie Comeback funktioniert nicht oder hatte vielleicht, ich weiß nicht, ob es nicht funktioniert hätte, weiß ich ja nicht, aber er hat es auf jeden Fall lieber versucht mit jemandem, der Reichweite hat oder aktuell damals vielleicht krasse Reichweite vorweisen konnte und hat ihn dann als, äh, ja, Reichweiten-Signing genommen und, nehme ich mal an, ja, auf jeden Fall war er bei ihm, wurde angekündigt, als, das ist das neue Signing, jeder, der Plan hatte, ich glaube auch, ich habe damals gesagt, Bruder, der wird niemals ein Album erscheinen, aber, es erschien direkt ein Track, wo er darauf gedroppt hat, äh, in dem, in so genannten Ankündigungssong, dann hat er sich da über die Streaming-Zahlen von Maestro lustig gemacht. Daraufhin aber, ist ja sowas ganz krasses passiert, wenn ihr euch ja, daraufhin ist Maestro komplett geplatzt, auf Mois, Mois, Loot dann, Loot wie ein Lude, hat dann ein verwirretes Statement, was natürlich öfter mal bei ihm war, ein Baum, Baum, viermal Blätter Statement hochgeladen und hat Sinan plötzlich in das Thema mit reingezogen, damals. Heute aus, mit Abstand, muss man sagen, war vielleicht einfach auch eine Agenda-Taktik, so eine Agenda, Agenda-Cutting nennt man das, das ist so, also jetzt im Nachhinein, damals habe ich das ihm nicht so gereiht, glaube ich, aber einfach so verwirrend so. Ja, übrigens Sinan hat das Mike, der sogenannte Ziegen-Talk, Sinan hat das Mike-Talk. Ja genau, es kam dann eine Hasslawine auf Mois, also ein riesen Shitstorm, Hashtag-Ziege. Das ist, der hat uns gef***t um drei Uhr morgens mit der BWL-Vorlesung. Bruder, also vom Look her, mit dem Anzug und der ganze Talk bis jetzt, hättest du nur mit einem Ohr zugehört und da hättest du gedacht, ich wäre auf diese Free-Seminare nur bis jetzt, nur jetzt, komm auf meine Seite, du kriegst eine Stunde Free-Seminar, danach wirst du eine Immobilie kaufen, wenn nicht, kannst du das doch zurückverlangen. Jetzt schreib deine E-Mail hier rein, du bekommst ein Free-E-Book von mir, ich werde dir zeigen, wie du in Düsseldorf pragmatisch eine Immobilie kaufen kannst. Das war schon wild, Alter. Was für ein wildes Jahr und wir sind erst mal April, Alter. Was für ein wildes Jahr, Alter. Leute, ich habe das Jahr komplett vergessen. Also das hätte ich vielleicht alles in der Badewanne schon reden sollen, aber ich mache ja keine Badewanne mehr. keinen Bock mehr. Ah ja, das ist eigentlich schon interessant, ey. Es ist anders wildes Jahr, oder? Und ich habe bestimmt schon voll viele Sachen vergessen. Also falls ihr das, also ihr könnt gerne jetzt in den Kommentaren, aber falls ihr das auf YouTube seht, schreibt gerne auch zu den Monaten noch Sachen, die ihr vergessen habt. dann, ähm, dann im April ist etwas ganz krasses passiert, muss ich sagen. Roos besiegt Ronny Berger im Finale und wird zum zweifachen Zugzwang-Champion. Ja! Nimm das, Busnitt! Aber Ronny muss ja alle Bauern verschwinden lassen. Oder es wird hier ein Krieg-Wettbewerb. König nach H5 stellt sich ins Matt. Jetzt muss er König nach H4 spielen. Ne, er ist Matt, er ist Matt, er ist Matt! Oh! Oh! Wow! Da ist er! Der Roos-Meister! Der Roos ist am Feier! Ich sag's euch! Ja, ich muss sagen, es ist auch, es ist ein bisschen auch mehr passiert als das. Äh, ich hab, Gott sei Dank, als gewonnen mit viel Glück und auch einfach, also, ich hatte einfach auch ein bisschen Glück und hatte auch echt gute Leute. Ronny hat sehr viel positive Energie, ich mag ihn sehr, also, jemand, den ich so ein bisschen für mich dieses Jahr auch gewonnen hab, also, durch das, das Kennenlernen, ihn kennenzulernen, sehe ich als Gewinn dieses Jahr sehr angenehmer Dude und, ähm, ja, es war mal wirklich ein Aus, so mal ein Ausfall in die andere Welt, so, daran erkennst du auch nochmal, was für eine bescheuerte Bubble wir sind, Alter, was für eine kranke Bubble wir haben. Das ist auch einer der Ziele nächstes Jahr, diese Bubble mehr und mehr zu verlassen, Alter, also, könnt ihr gemeinsam mit mir kommen oder auch nicht, aber diese Bubble ist eine sehr ungesunde, ihr werdet das sehen, ich werde in den nächsten Monaten weiter, weiter und ihr werdet sehen, wie erbärmlich diese Bubble ist. aber Shoutout an Ronny, Shoutout an wirklich diese ganzen Leute, die da mitgemacht haben, sehr angenehm, alle sehr entspannt, alle humorvoll, alle können Witze vertragen auf sich oder so, dieses ganze, kein ekelhaft, krankes Ego, das da noch irgendwie nachgetreten, angerufen, diese ganz ekelhafte Busnitscheiße, dann, äh, ja, und natürlich Shoutout an die Bohnen, ne, ja, und danke, dass ich da auch, äh, mitmachen durfte, das war schon echt geil, das hat schon Bock gemacht, äh, für mich war es, für mich persönlich, war Schach einfach, jetzt nochmal ganz kurz, persönlicher Talk, Schach auch einfach sehr wichtig, weil, zu Corona-Zeit habe ich komplett kognitive Power verloren, ich habe das gemerkt, ich habe es euch ja schon dreimal erzählt, und Schach war für mich so ein persönliches Zurückkämpfen, daran konnte ich sehen, dass in Oberstübchen langsam wieder alles funktioniert, das war echt, auch wenn, das komisch klingt, aber Leute, konnte zeitweise die Regeln nicht mehr, das war, als ich in der Intensivstation war, also selbst, als ich wieder zur Besinnung gekommen bin, als ich da wieder einigermaßen klar war, es war gar nicht so, dass ich die, dass ich das Spiel nicht konnte, aber ich hatte keine Ausdauer mehr, also eine Minute denken, hat mich völlig überfordert, aber gut, das war das, dann Mai, Julian Zietloh dreht durch, das war Mai, so ein bisschen, Julian begibt sich auf Ayahuasca-Tour und verlässt seine Frau, seine Kinder für Kate, Kate erhielt ein All-Inclusive-OP-Paket und lässt daraufhin Julian fallen, das wissen wir heute, Kate hat heute oder gestern ihre Verlobung mit ihrem neuen Freund vor kurzem bekannt gegeben, der angeblich einer der engsten Freunde von Julian war, dieser, ich weiß nicht, ich kenne seinen Namen gerade nicht, aber ihr werdet ihn aus Bildern kennen, wir haben uns das ja so ein bisschen reingezogen, tatsächlich, das war im Mai, haben die die ganze Zeit Ponsen-Talk gemacht, Sex-Talk, ich bin so, ich bin so in love und so und jetzt hat die einen Ring von seinem anderen Freund, ich weiß nicht mal, vielleicht ist das für uns jetzt so, wow, vielleicht ist es aber für ihn so, geil, kann ich mit Amsen, ach, ihr findet euch jetzt geil, heiratet, ja, kann ich Cockholden, kann ich, wenn ihr Amst, gucken, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, was die bei Ayahuasca so, was für ein, was für ein, was für ein Ayahuasca, ich weiß es nicht, Leute, die haben doch Ego weggemacht und Ayahuasca und so, oh mein Gott, du amst nicht mehr mit mir, mit wem amst du jetzt, mit deinem besten Freund, oh mein Gott, ja, das ist cool, weil ich weiß von ihm, dass er gut amst, amst, oder ja, das ist Stern, Sternzeichen da, Jus, Miusha schreibt, die Alte war doch immer voll of Drugs, ja, zugegebenermaßen waren aber alle da wahrscheinlich voll oft drauf und, ja, keine Ahnung, Mann, ja, wer sind wir, dass wir darüber urteilen, wer mit wem Dreier schieben kann, sollen die schieben, ja, das ist, wir sind noch nicht die Hälfte des Jahres, ne, im Mai, Bösemann schlägt überraschenderweise und ich glaube, das war für alle sehr schockierend, Manuel ist ein K.O. Ich kann den Kampf jetzt nochmal von vorne gucken, es wird mich gleich wieder überraschen, dass er verliert, ich kann es nicht glauben. Alle waren geschockt, Manuel hat ein Statement nach dem anderen abgegeben, damals hatte ich das Gefühl, muss jeder für sich wissen, aber die Statements haben die Sache nicht besser gemacht. Ja, im Mai habe ich eine People, eine People Büro-Room-Tour so ein bisschen gemacht, wenn ihr euch erinnert, die gab es glaube ich von Ilja, People Like Us Büro war endlich ready und wir haben eine Room-Tour hier gemacht, ein bisschen. Dann haben wir im Mai auch Lügcast mit AI gemacht, wenn ihr euch erinnert, na, wir sind die Vorreiter von diesem Film. Lügcast Episode 10 mit Peter Kockzwerg und der HS und Versicherungsbetrüger Bosnitsch. Herzlich Willkommen. Hallo Peter. Bosnitsch. Ja, AI Lügcast war auch damals noch witzig, Lügcast können wir ja gar nicht mehr machen, wir können ja diese ganze Animus, Manimus, Danka, Bas, kennst du? Kennst du? Ja, das nicht mehr machen, weil die das immer striken und maiken und copywriten und so, deswegen war eine schöne Zeit. AI Lügcast. Du, Bosnitsch, denkst du, dass die Mackies autark sind? Heute wissen wir ja, dass die, dass der AI Lügcast ja auch nicht mehr in voller Besetzung ist. Heute wissen wir, dass Rosberg weg ist und Rosberg geht jetzt presserechtlich sogar gegen seinen alten Arbeitgeber vor. Interessant, oder? Habt ihr das mitbekommen? Der hat jetzt gepostet vor ein paar Tagen, dass er presserechtlich dagegen vorgehen wird. Wahrscheinlich, das ist nur eine Vermutung von mir, ich weiß es nicht, geht es darum, dass es immer heißt, Bushido hätte sich getrennt von ihm und keinen Bock mehr auf ihn gehabt und er sieht das wahrscheinlich andersrum. denke mal, das ist es. Was da jetzt genau vorgefallen ist, we don't know. Wir kennen aber alle Bosnitsch seit Jahren, alle haben das vorausgesehen, alle haben Rosberg gewarnt, auch wenn er uns nicht sympathisch ist, trotzdem haben wir ihn gewarnt. Alle haben wir ihm gesagt, warum denkst du, bist du der eine? Ja, also viele schreiben, dass der Marvin das macht, ist trotzdem crazy. Flo, ich weiß, du, das ist Marvins eigene Entscheidung, muss er selber wissen, ich nehme ihn, ich nehme schon an, dass er klug genug ist, auch diesen Faktor sich überlegt zu haben. Er ist auf jeden Fall zur Entscheidung gekommen, dass es gut für ihn ist. Werden wir noch Freunde, werden wir telefonieren, hätte ich ihm natürlich wahrscheinlich meine Meinung dazu gesagt. Meine Meinung ist, glaube ich, wahrscheinlich klar. Gut, du, 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 er ist erwachsen, der ist ja kein Kind, der macht's, soll er machen. Die Frage, meiner Meinung nach, wirklich ist, meiner Meinung nach, ist die Frage nur, ein Wann, das vorbei ist, und dann, ein Wie. Die Frage ist nur, wann, und wie. und es wäre, es wäre ja wohl, glaube ich, für niemanden, irgendeine Überraschung, wenn das Wie dann hässlich sein wird. Weil das ist nun mal bei Wursnitz so, es war noch nie anders. Aber I don't know. Weiter geht's. Dann war im Mai, Echo Fresh und Farid haben gestreamt. Siehste, wir beide streamen, hier schreibt's einer Bushido-Raid und Flair-Call. Das gibt's nur bei uns. Ja, das gibt's hier nur bei Banger. Leute, ich vertrage auch Flair und Bushido, wenn ihr wollt. Wenn ihr wollt, machen die Kalokuk 7 oder 8 oder wo die da sind. Das war auch interessant, da haben die auch ein paar interessante Talks gemacht. Juni. Juni ist, Arav hat gegen J-Love eskaliert auf TikTok. Auf mich wurden mehrere Kopfgelder ausgesetzt. Digi, guck mal, es gibt ein Video davon. Sag mal, wer denkst du eigentlich, wer du bist? Al Caprono oder was? Ich bin der, ich bin der, ich bin der Sohn des Teufels, mein Junge. Genau das. Nein, nein, jetzt redet er mal Tacheles. Hör zu, hör zu. Hör zu, ich wollte schon sagen, mir hat schon der Elefant gefehlt. Mir wurde das gerade ein bisschen zu ernst hier. Der Elefant. Auch so. Wenn ich das schon sage, denke ich mir so, wow, dieses Jahr ist Deutschrap oder sagen wir mal Deutschrap-Kosmos. Also viele rappen ja gar nicht, machen gar keine Musik mehr oder haben nie Musik gemacht, keine Ahnung. Oder haben irgendwie nichts zu tun. aber sie gehören oder werden konnotiert mit dem Kosmos. Eskaliert auf die Tür. Dann Universum-Boxing-Skandal wegen angeblich gekaufte Kämpfe. Sinan besiegt den Profiboxer Juan Carlos und für viele Leute sah das so aus, dass dieser Kampf gekauft wäre. Erinnert ihr euch? Sinan fühlte sich verarscht, Kämpfer fühlten sich verarscht, Zuschauer fühlten sich verarscht. Es wurde wieder getalkt ohne Ende. An dem Tag ist auch der zukünftige Gegner von Sinan K.O. gegangen. Ich habe vergessen, wie der hieß. Dieser Tätowierte. Wie ist er denn nochmal? Kevin Wolter. Genau. Schöne Grüße. Kevin ist da. Ein nice Gapsclip. So. Ja, da ist auch dieses Jahr passiert, Alter. Ey, wow. Ey, es ist dieses Jahr passiert. Alles. Wow. Dann weiter geht's. Es gab, schleff, 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 im Juni dann den Fall Lindemann. Der Fall Lindemann. Alles, was ich bisher gesagt habe, war reine Satire. Es war fiktive, es war, ich habe nur, so kriegen wir das auch nicht mehr aus. Der Fall Lindemann wurde dann wegen fehlenden Beweisen, die Ermittlungen wurden eingestellt, wegen fehlenden Beweisen steht jetzt hier. Ich muss ehrlich sagen, dass ich aktuell gar nicht weiß, wie der Fall zu Ende gegangen ist oder so, aber der Fall war für einen Monat das Thema. Vielleicht ein bisschen weniger als ein Monat, aber es war das Thema. Es ging um diese Zero Raw. Weiber wurden, Frauen, junge Mädels wurden da wahrscheinlich über Jahre organisiert, um den Star eine schöne Zeit zu machen. Ja, und ja, ich habe das auch gelesen. Juscha schreibt, der hat jetzt aber ein neues 20-jähriges Model. Es ist crazy. Ich habe Bilder gesehen. Ja, als ich das mit einer 20-Jährigen wurde auf irgendeinem Weihnachtsmarkt in Paris oder so gesehen, irgendein polnisches Model ist das. ich habe das gesehen und mir gedacht, siehst du, auch im hohen Alter, egal wie hässlich du willst, er ihm regelt. Nein, ich bin mir sicher, dass die gerne mit ihm ist, weil der hat auch so einen Typ, der wahrscheinlich diepe Talks mit ihr macht, so über KI und über Gott und über Welt und sie da einfach denkt, wow, wow, amst mich. Wie deep du redest, amst mich. Meint ihr, die hört seine Musik oder hört die 50, während er die armst? Und 50 ist ja auch schon alt für eine 20-Jährige. Die hört wahrscheinlich Jakari oder so, mäßig. So eine kölnische, die kommen aus Polen, ich weiß nicht, was die hören. Aber, ey, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, oder? Digga, 60, oder? Bruder, wo die Liebe hinfällt? Und es wird bestimmt Liebe sein. Stell dir mal vor, ihr Vater muss, ihr Vater muss den Till Lindemann Abi nennen beim Essen. Der hält sich mit meinem neuen Freund dabei. Zeig mal, wer ist dein neuer Freund? Wie behandelt der dich gut? Wer ist das? Da kommt der so rein und der Vater auf einmal, Lindemann Abi. Weil der ist älter. Lindemann Abi. Onkel Lindemann. Du bommst meine Tochter, ja, Sam. Du bommst noch meine Frau. Ach so, die ist über 50, willst du nicht? Ja, kein Problem. Ich frage nur, ich frage nur. Wollte nur anbieten, wollte nur anbieten. Wollte nur noch einen Chai? Ich biete Chai an, ich biete Tochter an, so. Ach, keine Ahnung. Bruder, der hat nur mal ein Faible für junge Frauen und wenn die jungen Frauen das wollen, mein Gott, soll mir egal sein. Küss die Haare, schöne Frau, ihre Augen sind so blau. Leute, wenn ich mit 60 eine 20-Jährige kriege, dann werde ich sie auch nehmen. Ich glaube nur, dass ich das nicht schaffe. Man muss auch realistisch sein. Nee, okay, Spaß. Ja, Spaß beiseite, jetzt mal hier weiter. So, der Fall wurde wegen Fehlender Beweise eingestellt. Irin Shelby Lynn bringt den Stein ins Rollen. Die Kaila Scheiks oder Schicks macht den Fall groß, indem sie ihre eigene Geschichte damals auf YouTube erzählt. Lindemann schaltet Bergmann und Scherz ein. Ihr wisst, Scherz Bergmann, die Anwälte, die Ermittlungen werden eingestellt. Scherz Bergmann sind, glaube ich, auch die Anwälte, die dann später sagen werden, ähm, Björn Amst nicht, die Amira hört auf, sowas zu erzählen. Also vielleicht abends, aber ist keine Liebesbeziehung. Haben keine Liebesbeziehung. So, Flair postet ein Foto mit Olivia Jones. Das war auch noch im Juni und das Internet bricht fast zusammen. Und auf einmal geht eine Tür auf, kommt Olivia Jones raus. Ja. Und so, kommt so auf und zu, hey, was geht hier ab, was macht die hier, alles gut, ja. Die so, ja, man Bombe, alles cool, was geht, lass mal ein Foto machen, fertig. Wie, du wusstest nicht, dass sie da ist und, äh, einfach, nein, Bruder, der Kiez gehört der zur Hälfte, Dicker, das sind fünf Läden. Da ging eine Tür auf, irgendwo, da in der Location, auf einmal steht da Olivia Jones. Ja, crazy, aber cool, oder? Plötzlich, äh, Internet macht Faxen. Aber diese andere Faxen, äh, schwul, schwul, das ist schwul. Ja. Die Geschichte dahinter ist auch relativ easy. Äh, Flair, glaube ich, war, war der da auf Live-Tour oder so, hat die im Backstage oder, er kommt, glaube ich, aus der Location raus, sieht die da zufällig. Und, äh, quatschen kurz und machen ein Foto zusammen, also keine große Agenda von die Bolle, unsere Jungen schwul machen. Äh, heutzutage, heutzutage, äh, aber auch mal heutzutage. Naja, auf jeden Fall hat er das Foto gepostet und, ähm, davor hatte übrigens die AfD einen Song von Flair für den sogenannten Stolzmonat missbraucht. Wer mobbt, ist schwul. Äh, nix geht schwul. Nein, äh, davor hatte die AfD den Song missbraucht. Ich glaube, Flair ist dagegen vorgegangen. An und für sich, an und für sich. Grüß bei King Kong. Schöne Grüße an dich. Äh, Golgas schreibt Oliver Jones auch eine absolute Kieslingel. Also ich hab die auch schon mal getroffen durch Zufall. Jetzt nicht mit der geredet oder so, aber nicht getroffen, getroffen ist das falsches Wort. Ich bin an der schon mal vorbeigelaufen. Durch Zufall. Also man sieht die schon mal, wenn man da ist. Die K, die peilen den Film nicht, die K. dicker Umwelt, mal Umwelt, kleben auf Boden, die fallen den, die peilen den, dicker, willst du mich gerade verarschen? Eigentlich könnte ich vielleicht auch gut nachmachen. Aber kein Bock. Wir haben jetzt weiter. Dicker. Fett Comedy muss Oliver Pocher 50.000 Euro zahlen. Das war auch im Juni, Leute. Auch dieses Jahr, auch im Juni. Die sogenannten Freunde von Fett Comedy waren dann plötzlich weg. Dicker, ist das dein Ernst gerade? Also, interessant. Also, ich hätte gerne von Fett Comedy gerne gehört, wie das wirklich gelaufen ist, ob der da motiviert wurde, das zu tun oder nicht. Fett Comedy Dicker, 50.000 hat er bezahlt, genau. Oder muss er zahlen. Ob er es zahlen kann, ob er es abstundet, ob er es abtut, um abtut, I really don't know. Es gab aber viel Talk. Er hat mal ein Foto aus dem Knast gepostet oder sowas. Fett Comedy ist auf jeden Fall dadurch, glaube ich, das ganze Movement viel, viel bekannter nochmal geworden. Ich weiß nicht, ob das so geil war. BZ schreibt, wie kommt die Summe eigentlich zustande? Ich bin kein Anwalt, ich kann nur sagen, ich schätze, dass das so tagessatzmäßig ist. Also zunächst mal musst du schuldig gesprochen werden und dann wird deine Schuld irgendwie gemessen beziehungsweise versucht, irgendwie angemessen zu bestrafen. Dann gibt es, manchmal gibt es Knast, manchmal gibt es Geldstrafe und dann Geldstrafe ist dann auch gemessen an dein Einkommen zum Beispiel. Und damit es dir, also man geht da in Relation, hat ein Millionär, zahlt mehr, ist ja klar, soll ja eine Strafe sein. Soll ja nicht so sein, dass du, ja ich bin Milliardär, ich zahl Fuffi, ja dann haue ich jetzt hier hin. Ein Milliardär hätte wahrscheinlich ein paar Millionen gezahlt. Ja, ich denke das, bin mir nicht sicher, wie das gerechnet wird. Genau, es ist die Story mit der Backpfeil. Das ist der, äh, immer noch Juni, Leute. Noch nicht, es ist gerade mal ein halbes Jahr und es gibt dann Shindidist auf Free Spirit, Kollege und Farid. Unerwartet hart. Haben wir auch noch im Juni. Das ist auch alles im Juni noch. Und das war auch ein, ich würde sagen, beinahe Meilenstein, weil man so natürlich Shindidist noch nie gehört hatte und auch das Gefühl hatte, dass es out of character ist und irgendwie, ja, kamen mega unerwartet. War total crazy irgendwie. Free Spirit, angelehnt, äh, an Kollegas Track oder an Kollegas Werk. Und da wurden die Jungs, Farid und Kollegah, auf Botox Basis, geamst. So, ich werde mal ganz kurz, ähm, Juli. Kollegah veröffentlicht in La Deutsche Vita, die Promophase wurde größtenteils auf Shindidist Nacken ausgetragen. Und zwar habe ich gesehen, du hast die Box vom Kolle bestellt. Ja, richtig. Aber du bist doch Beatle-Kamer, du musst doch den Wichy sofort. Nee. Ach, das habe ich echt, ey, das ist echt, das ist eine gute Wende jetzt hier. Ich hatte schon Sagen, Alter. Er ist so ein Wichy. Das hat er gut gemacht. La Deutsche Vita, das war dann auch die Promophase, wo die dann viel auch so gerappt haben, alias andere, ne? So, da wurde mal wie Apache gerappt, da wurde mal so. Diese Battle mit Asche, immer in verschiedenen Rap-Styles, ne? Das war teilweise sehr amüsant, sehr gut gemacht, teilweise auch. Asche als Watsche oder so, ist das schon geil. Das war im Juli, Alter, wow. Im Juli passierte dann auch, ich hatte irgendwann mal über einen Stream-Highlight von Kianos erzählt, die Lage eskalierte plötzlich und wir wurden zur Rasselbande deklariert, von Kianos auch. im Juli war auch ein Versuch, über Filmkanal zu relaunchen, dann haben wir aber nur nicht geschafft. Also wir haben das paar Videos, habe ich mal wieder über Filme geredet, aber da kam natürlich viel auf uns zu. Das konnte ich dann gar nicht mehr, also auch kopfmäßig nicht mehr durchhalten. Lass mich nicht auf Obi-Wan, weil die größte wirklich, also wirklich, die größte Straftat war eine Figur, die alle lieben. Also wirklich Obi-Wan, einer der beliebtesten Figuren. Ben, Obi-Wan, Ben, Ben, bist du es? Obi-Wan, schuh, schuh, dass sie ihn versemmelt haben. Die haben die Figur versemmelt, die müssten die Folgen löschen und neue drehen. Naja, auch im Juli. Auch im Juli. Ja, die Sterne standen nicht gut für Film-Relaunch. Erneut gab es Schüsse auf Papa Ari, auf dem Laden von Arafat. In Klammern steht hier möglicherweise in einem Zusammenhang mit dem Beef mit Hammard 45, der mittlerweile aus dem Knast gekommen war und abgeschoben ist in Dubai. Äh, nicht in Dubai in Libanon lebt. Auch alles im Juli. Dann August. Äh, August. ABK macht sich über Schwarze lustig beziehungsweise macht einen Gag in die Richtung und Manuel armst den Sand in sein Dorf. Wallah, ich sch*** den Sand in eurem Dorf. Auf diesen Spruch dann sprang plötzlich der jahrelange Manuel-Sendgegner Bushido von der Seite an. Bushido kommt immer von Seite. Äh, ja, Manuel ist teilweise Schlitten gefahren, die ist das gehabt, das kochte wieder heiß paar Tage. ABK hat dann auch nochmal Videos gehauen, die ist das. Dann hat der Schmanimus das gemacht, was der immer macht. Wenn etwas gegen mich geht, gegen Manuel geht, direkt angerufen. Ja, ABK und ich sind jetzt auch Freunde. Genauso wie er mit Twingo, ja, mit Twingo telefoniert. Bei der ganzen Sache zwischen uns ist sich ja der Animus sehr sicher, was passiert ist. Er hat Podcast gemacht und ja, ich habe auch mit Twingo telefoniert. Also, der da nur am Telefon ist, was bei Ruth passiert. Ja, ich bin auch auf deiner Seite. Naja. Aus dem Archiv habe ich mal rausgefischt. Damals Sinan und PA treffen Azad in 2008. Dieses Video, wenn ihr euch erinnert. Mit der uralten äh, Conant-Sport-Jacke und so mit der roten. Siehst du aus, Alter? Warum steckst du die Jeans in die Socken, ja? Achte mal auf die Jacke. Das war doch cool. 20 Jahre zurück. Das war das Treffen, wo Asphaltbeats entstanden ist. September. Jetzt kommen wir zum September. Boos Neitsch veröffentlicht Dark Knight gegen Karpi. This track. This track oder wie viele sagen würden, ein eine lame Story-Track. Guck mal, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte in H&M. Hat der in Hose gekackt? Yeah. Naja. Im September gab es auch gute Nachricht. Es gab eine Entwarnung und ein Aufatmen bezüglich Vater von Jaysis. Nach einem halben Jahr Tumor, Operation, Chemotherapie, Zittern, Angst, Sorge. Nach diesem halben Jahr ist die Nachricht heute gekommen, dass mein Vater den Krebs überlebt hat. Der hat eine sehr, sehr schwere Diagnose, hatte mit Krebs zu kämpfen, hat schon vorher eine schwere OP gehabt und so weiter und so weiter. Da gab es auf jeden Fall ein gutes, auch eine gute Nachricht hier, einen Aufatmen. Was davor passiert ist, seitens Fettschwein aus Berlin und so, brauchen wir jetzt nicht reden. Die beiden Bingo-Bongos. September auch der Podcast mit Mock beginnt, beziehungsweise, also was heißt Podcast, Discord-Talk, einmal die Woche mit Mock so ein bisschen zusammenfassen, was wir quatschen. Der leidet gerade, seit drei Wochen haben wir das nicht gemacht, glaube ich, aber Mock ist, wie gesagt, ihr wisst ja, dass er seit meinem Türkei-Flug auch, wir können uns auch nicht treffen, weil er beim Arzt war, operiert wurde, da hat eine, lässt sich sein Gebiss neu machen, entsprechend macht er auch gerade Pause vom Stream. Jetzt, gerade jetzt, wo ich ihn am meisten brauche. Farid und Mock telefonieren im Stream, war auch im September. Du hörst auf zu rappen und ich lasse dich in Ruhe, ansonsten gibt es To für dich und deine Crew, Steiger, du, hör mir gut zu, äh, nö, 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 der neun ist nicht genug. Mock ist hier im Start. Mock, habe ich ihn gut gerappt oder nicht, sehr ehrlich? Mock, hier, der ist gerade im Stream. auch eine eigentlich krasse Sache, ne, aber, ja, Farid und Mock telefonieren, lachen, chillen, so, auf Sunshine Basis. So, wo sind wir? Jetzt sind wir im Oktober. Nach 27 Jahren gibt es tatsächlich im Oktober 2023 etwas, woran niemand mehr irgendwie geglaubt hat oder gedacht hat. Leute haben schon vergessen, wer Tupac war. Tatsächlich gibt es eine Verhaftung im Falle Mord, im Mordfall Tupac Shakur. Ich muss sagen, Leute, eine Frage bleibt natürlich für mich offen. Was zur Hölle hat diesen Dude angetrieben, sich selbst zu sneitschen? Warum exposest du dich? Warum exposest du dich? Fame, ne? Ja, Fame, aber was das für ein Fame? Du gehst doch lebenslang rein. Also der wird doch jetzt, wenn er überführt wird, wird er nicht nur ein Leben lang reingehen. Er wird doch most hated im Knast, liebt doch jeder Pac. Jeder hört Pac. Es ist wirklich krank. Ich kapiere es nicht. Tupac, Amaru, Shakur, denen mehr Kanacken folgen als jeden anderen, denen sie eigentlich sagen, dass sie folgen. Ja, interessant. Hätte ja keiner mehr geglaubt. Ich weiß nicht mehr, ob das überhaupt noch irgendwas verändert, aber ja. Im Oktober ist auch passiert, Smolik stellt sich dem Kampf seines Lebens und heute wissen wir, er hat den Kampf gewonnen. Er hatte eine sehr, sehr schlechte oder schlimme Diagnose. Ja, hat die OP gehabt und es sieht mittlerweile ganz gut aus. Oktober ist auch passiert, dass Bushido einige Male ein Gespräch mit mir im Raum in den Raum gestellt hat und als wir hier drauf eingegangen sind, zumindest darüber nachzudecken, rudert er zurück und tut dann natürlich sogar so, als ob ich irgendwie, ja, weiß ich nicht. Das, was Bushido halt immer macht, Nettigkeit mit Schwäche vergleichen, so wie Animus das auch immer macht. So Trollbasis, egal. Wir haben aber trotzdem hier darüber geredet und die meisten waren dagegen. Die meisten haben ihn nicht über den Weg getraut und dann ist es auch wirklich genauso eingekommen. Sehr narzisstisches Verhalten. Dann habe ich zwei Wochen Twitch-Bahn bekommen, weil Marvin behauptet hat, bei Twitch zumindest, mich da gemeldet hatte und meinte, ich hätte seine Adresse gelegt. Was? Ich sage es, ich wiederhole es jetzt nochmal, werde aber im kommenden Jahr auch rechtlich dagegen vorgehen, ein paar Unterlassungsklagen werden rausgehen. Habe ich nicht gemacht, was nicht stimmt. Aber egal. Ich muss dazu sagen, rückblickend waren diese zwei Wochen aber gut für mich. Sehr gut sogar, ehrlich gesagt. In diesen zwei Wochen ist die Was-Los-Folge mit Farid entstanden. Der Plan ist ein anderer. Ja, okay, das ist das. Der Plan ist ein anderer. Verstehst du? Okay. Der Plan ist ein anderer. Verstehst du? Wir haben nur ein Projekt vor. Deswegen, wir haben einen anderen Plan. Das ist nicht der Plan. Wenn du eine Kuh hast, die gibt dir Milch, nimmst du ein Glas oder machst du zehn Kisten voll? Du machst es langsam. Richtig. Oder du wartest, bis eine andere Kuh kommt und mit der will und nimmst von beiden die Milch und schlachtest dann die beide zusammen. Die mit Eco entstanden. guckst, von wo wir kommen? Ja. Aber ich weiß das noch ganz genau. Das ist Gänsehaut, jetzt wo du sagst, wo wir kommen. Ich war bei euch im Kinderzimmer. Ich kenne das noch ganz genau. Ich weiß, dass du started from the bottom bist. Und gleiche, weißt du, wir kommen von nichts. Und deswegen kann man uns auch da nicht aufhalten in dem Sinne, dass uns eine Sache auffällt, weil das jetzt mal einmal nicht klappt finden und weiter, weil es gibt keinen Plan B sozusagen. Das waren gute Folgen, aber es hat mir auch Zeit gegeben zu reflektieren. Was ich jetzt natürlich die ganze Zeit im Jahresrückblick rausgelassen habe, ist die ganze Zinanthematik. Da kommen wir am Ende zu sprechen, was einfach ein bisschen viel Platz einnimmt. Aber die war sehr drückend für mich. Sehr viel Power hat das genommen. Deswegen war dieser Switchbahn echt gut für mich. Deswegen bin ich rechtlich nicht dagegen vorgegangen. Auch wenn ich da natürlich Geld verloren habe. Dann haben wir in den zwei Wochen noch ein TikTok Interview gemacht mit Jakari. Aber jetzt nicht wegen Dummheit, weil meiner Meinung nach sind nur dumme Leute im Knast, sondern wegen Anscheißerei. Was los mit Jakari auf besonderen Wege? Er wollte gerne das bei TikTok machen. Es war ein Zwangsurlaub. Was los mit Fahrräd, was los mit Jakari, was los mit Echo haben wir gemacht. Alles ziemlich schnell abgedreht, endlich auch mal zu Sachen gekommen, die positiv waren und nicht dauernd über Abschaum geredet oder teilweise mit und über Abschaum und gegen Abschaum uns versucht zu verteidigen. Es gab eine unglaubliche Hetze, da können wir am Ende des Streams auch drüber reden. offiziell Wiesi gestartet, Projekt Wiesi, unser Verein SV Wiesbaden hat offiziell gestartet. Wir haben schon sehr viele Monate mit denen connected und verhandelt, aber der Verein ist jetzt offiziell mit bei uns. Ihr wisst ja, da können ich jetzt eine Stunde drüber reden, ist viel gelaufen, viel passiert. Wir haben einen der absolut besten Nachwuchs E-Sportler bei uns im E-Team. Der hat das Ding jetzt fast schon nach Hause gebrolt. Rick, schöne Grüße gehen raus an Rick. Wir haben vieles gemacht, wir haben jetzt einen Sportausrüster, da werden wir demnächst unterschreiben, dann haben wir einen richtig geilen Sportausrüster, dann werden wir, ja, also, da werden viele Sachen kommen, aber Wiesi ist jetzt unser Verein, da wird viel passieren noch in Zukunft. Deswegen folgt SV Wiesbaden auf Instagram bevor ich ausrüste. Dann November hat ist ja jetzt gefühlt gestern, Karpi antwortet nach längerer Zeit dann endlich doch noch auf den Dark Knight Track und er nennt das Arkham Asylum, das interessanterweise auch wirklich zu ihm passt. Er nennt sich ja auch Turca Bra dies das und umgekehrt das passte alles, was dann doch enttäuschend war. Irgendwie hatte der Track auch was und er hatte auch seine Momente fing auch stark an, aber irgendwie hat es dann auch nicht so geknallt. Ähm, gar nicht. Naja. Achso, Dame, was los mit Echo gemacht, die war im November, ja. War ein sehr guter Talk, auch Business Talk und bla. Sehr schön. Im November wurde die Akkare auch gepackt von Leuten und es werden ein paar Video-Ausschnitte gepostet, heute wissen wir, Reis hat sich ja dazu geäußert, ich will niemanden beschuldigen, aber ja, war auch wild. November war Oliver Pocher Meltdown wegen Amira und Beyond, aber ich finde die Kommentare sind eigentlich das Beste hier. Schreiben so, Jochen, einfach so ein Jochen, ja, das ist eigentlich richtig geil, einfach so ein Jochen schreibt, Takatukaland besamt gerade deine Frau, während du dich über ein paar Likes für das Video freust. Das ist einfach so ein Jochen. Einfach ein Jochen hat den komplett runtergeholt. Ich würde mich lieber von so einem Fett Comedy noch dreimal schlagen lassen vor Kamera, als wir von so Jochen Asselmann auf Instagram hat runtergeholt. So, Almira und Beyond, Oliver Pocher kriegt übelst den Meltdown. Er wirft den Bein vor, die hatten ein Verhältnis und ist heartbroken und macht sich ich würde sagen zum Affen aber ich weiß nicht also ob man das noch sagen kann. mich einer der größten Affen überhaupt kann sich ja nicht mehr zum Affen machen Alter 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 der wie heißt der der ich habe gestern in seiner Story oder vorgestern hat mir einer seine Story weitergeleitet wie er ein Screenshot hat ich weiß nicht wie alt das sein soll aber so ein Screenshot von seiner Instagram Story wie er mit Amira redet und schreibt das war das schönste was mir hier Weihnachten oder dieses Jahr ich habe Amira noch mal zum Lachen gebracht dann FaceTime und die macht irgendwie so immer du Lappen du bist sie monatelang am blamieren und ja egal was noch passiert Leeroy verabschiedet sich in einem XXL super krassen Statement mit Franz gegen unter anderem Montana Black und Rezo macht ein großes Boom nachdem der Druck auf ihn und die Kritik immer größer wurden hat er sich verabschiedet mit einem großen Video worauf wir auch reagiert haben da bleibt noch spannend ob der nicht doch noch kommt auch wieder im November Manuel sind platzt auf Roos und dessen Reaktion auf TV Straßensound Interview ja er hat mehrere Storys gemacht ich weiß nicht ob es platzen ist aber mehrere Storys gegen mich gemacht und ihr wisst schon weil ihr dann noch ein bisschen Gesicht bewahren wollt geht ihr rein und egal was für gute Sachen ich sage probiert die immer das ganz schlecht zu reden nein das stimmt nicht wer sich das interview anguckt weiß es es stimmt nicht ich habe viele Sachen props gegeben viele Sachen gut gesehen und viele Sachen gar nicht so viele Sachen aber ein paar Sachen kritisiert dazu haben wir auch was gemacht aber ich habe irgendwann aufgehört ich habe irgendwann ich habe spätestens hier habe ich aus diesem Jahr gelernt dann Dezember aktuell ist ja noch ein Tag ApoRD der Allerechte der Hasenmodus Fake Insie Statement es war nur ein Prank trotzdem Schulden Video dann haben wir das Goodfellas Vlog den Goodfellas Vlog mit Farid Bobby und Kapo in Istanbul aufgedreht und für euch rausgehauen So Freunde wie gesagt wir sind in Istanbul ein riesen Produktionsteam hier keine Ahnung bestimmt 100 Leute oder so unglaublich viel Licht Kräne mal Kräne Videodreh für den Tour Song Bobby Kapo und natürlich Farid gehen auf Tour für eine unglaubliche Tour Freunde auf der Tour sind wir übrigens auch dabei wenn ihr das seht nur mal bei Info jetzt filmen wir euch das bisschen ich werde mal mit den Jungs wieder rum zu quatschen es hat viel los sehr viel Stress wir haben einen Zeitdruck was ich sagen muss das Video ist okay ist cool könnt ihr euch gerne anschauen auf YouTube ist ein cooles Video geworden aber die Zeit war einfach schön da wir waren zwar nur drei Tage oder so aber es war echt angenehm mit Ilja war ich da Farid Kapo also auch Kapo wiederzusehen war cool ich habe Bobby ein bisschen kennengelernt wir kennen uns ja quasi nicht mit Fahrerzeit zu verbringen ist natürlich immer cool das war echt das war wirklich auch wieder so ein Break den ich gebraucht habe und das wird alles in 2024 noch viel häufiger sein ich werde viel weniger streamen viel mehr Breaks machen viel mehr halt Originals machen viel mehr was losfolgen Podcast viel mehr Sachen halt ich werde dafür weniger streamen einfach wie viel weniger weiß ich noch nicht aber ja äh wie sei Ilja ja dann haben wir Manuel gegen Bösemann Rückkampf gehabt ihr wisst wurde unterbrochen es gab No Contest wissen wir jetzt alles genau das ist der links ich denke mittlerweile bin ich mir ganz sicher das ist der Schlag der ihm wahrscheinlich die Nase gebrochen hat Film Film aber im Prinzip geht Bösemann wieder als Sieger aus der Nummer gefühlt kann nur noch Sinan den mal kaputt schlagen wieder oder sollte das machen Jahresrückblick mit Flair Jays und Nois Online Jahresrückblick mit Jays Online äh und dieses Jahr Badewanenfolge gibt es nicht mehr PA-Folgen gibt es nicht mehr gehört auch dazu so das war so ein bisschen das Jahr abgerissen ohne das Sinan Thema das Sinan Thema war ab irgendwann Mitte des Jahres so präsent und hat zwei drei Monate so viel Platz eingenommen das da müsste man eigentlich ein eigenes Video zu machen oder eben halt gar kein Video mehr weil das ist auch ein bisschen zu viel ähm ja äh auf jeden Fall Bombo dir auch allen also wenn wir uns nicht mehr sehen nicht mehr hören ich wünsche allen natürlich einen guten Rutsch und auch einen schönen Anfang ins neue Jahr wir werden uns im neue Jahr auf jeden Fall sehen vielleicht zum Jahresrückblick Talk vielleicht jetzt auch noch mal sagen was wir die ganze also Anfang des Jahres 2023 hatten wir das schon vor vieles ist aber anders gekommen besonders das Thema ähm um Sinan herum äh äh ist so chaotisch gewesen dass ich halt irgendwie gar keine Kraft mehr hatte und gar keinen Kopf mehr hatte für andere Themen aber wir müssen auf jeden Fall kommendes Jahr werde ich mich sehr darauf konzentrieren auch wirklich die Projekte mal wieder anzugehen und zu starten unter anderem natürlich äh wieder mehr was losfolgen viel mehr was los viel mehr nicht mehr sondern viel mehr wieder das wird unser Kern wieder wir sind ja wir haben uns ja von unserem Kern sehr weit entfernt ist ja wirklich nur noch Twitch und Beef und Stress ist ja auch alles irgendwie schlechte Energie so weniger Skandale genau mehr Energie auf gute Sachen positive Sachen ich hab gar keinen Bock mehr auf Negativität und gar keinen Bock auf Beef mehr deswegen ich antworte auch diese ganze ich seh ja ich weiß Digga ich weiß die Leute sind am Schießen am Machen ja gut irgendwann muss man aber auch weiterkommen back to the old Roos genau back to the Roos ähm ein paar Formate sind da ein paar Formate kennt ihr die wir machen wollten interessant fand ich ein Format was ich vor über zwei Jahren mal hier angeteased hab es gibt's auf YouTube auch ein Video wo ich das erzähle erinnert ihr euch noch an Roos hilft dass diese Formatidee Roos hilft ich geh zu Leuten helfe denen wieder am Start zu kommen in ihrem Leben interessanterweise wird Bushido jetzt ein Format starten bei ich glaube RTL das Ding heißt back on track also quasi Bushido hilft was für ein Zufall aber okay auch interessant finde ich dass es ja zu ihm ja überhaupt nicht hilft was will er wie will er den Leuten denn helfen so mit seiner Energie mit seiner Sympathie was will er den Leuten denn sagen was sie machen sollen äh naja gut äh naja wir werden sehen soll er machen er vermittelt Araberrücken das wäre eigentlich auch ein gutes Format guck mal ich hab mit den Araber gute Erfahrungen mit dem würde ich nicht arbeiten die sind von einer Familie die wollen mehr ja genau äh also ich muss sagen Großfamilien Kaufmann ja ich glaube das gibt es keine Sendung die es schaffen wird aber schauen wir mal wir werden da sehen ist auch uninteressant also auf jeden Fall wird es ein paar Formate geben wir werden mehr Originals machen weniger Streamen und weniger halt Reactions machen das habe ich mir schon eigentlich für dieses Jahr vorgenommen es hat nicht so ganz geklappt äh aber ja ähm hm was kann man noch sagen für kommendes Jahr äh Michael Myers fragt ob es schon Termine für Gerichtsprozesse gibt gegen Sarah die Ex-Monsina die die NAC-Videos released hat die verbreitet hat äh ne tatsächlich weiß ich davon nichts nein Gerichtstermine gibt es noch gar nicht wir sind noch davon entfernt aber es laufen Sachen klar es laufen auch gegen diese andere äh Kakerlaken laufen natürlich auch ohne Ende Sachen der kannste gar nicht vorstellen wie viele ich habe ja überblick verloren aber ja diese Kakerlaken machen Gott sei Dank ja nicht mehr so viele nicht mehr so viel Noise nicht mehr so viel Lärm weil ich glaube auch weil ich den Fehler gemacht habe auch so viel über die Sache auch zu reden damit habe ich das Ganze glaube ich auch äh größer gemacht als äh als ich es wollte als es als es war und ich habe da so voll den Streisand-Effekt gemacht dadurch dass ich auch diese ganzen mhm 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 naja 2003 also muss ich wirklich sagen Adam schreibt 2023 haben Anwälte echt mitgemampft ja muss ich echt sagen also das ist wirklich krass aber Sinan wird kommendes Jahr auch hoffentlich äh seinen Weg machen es gibt ein zwei äh Sachen äh die der starten wird kommendes Jahr äh das wird schon gut dann werden auf jeden Fall die Leute die gehofft haben dass der Feld wieder einmal eines Besseren belehrt werden was sie versucht haben aus ihnen zu machen ja der ein oder andere will es ja gar nicht aussprechen aber naja gut nicht ja Vielen Dank.